Was sagt, ich könnte abhauen, aber ich will unbedingt. Ist jemand in der Nähe? Uns wurde eine gefährliche Kriminelle in Ihrer Nähe gemeldet. Finden und erschießen Sie sie. Was war das? Die sehen uns, Flix! Das brauche ich! Jawohl, wir machen Meldung, sobald wir Sie sehen. Boah, das Heckkett, ne? Das heißt, ich müsste nochmal herkommen. Weg jetzt hier. Ich habe kein Heckkett, dann bringt mir das auch nichts. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich weiß es schon. Wie es aussieht, haben wir ein Schandungsziel. Alles klar, wir finden Sie. Oh. Noch Maiken? So. 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 So, der ist da. Der ist da. Na? Na, das war klar. Der ist es. Datenübertragend. Alle Einheiten. Eine sehr gefährliche Kriminelle wurde in Ihrem Bereich gemeldet. Suchen Sie weiter. Sie darf uns nicht entkommen. Okay. So. So, Nerd. Alter, wie viel die hier rumtun. Nee, da hab ich jetzt keinen Bock mehr, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Nicht. Nicht in dem... Nicht in dem Zustand. Uns wurde eine bewaffnete Flüchtende in Ihrem Sektor gemeldet. Weitersuchen. Sie muss eliminiert werden. So. Oh, ich kann das Spiel nicht speichern. Äh. Wir müssen mal einen Zahn zulegen. Würde ich auch was sagen. Und weg hier. Ich bin draußen. Nicht bloß... Nicht mal in Handshell. Du wolltest bessere Hacking-Tag, ja? Ja. Mein Kid hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich hab bei Cent was hinterlegt. Was ziemlich cooles. Ich sag ihm, er soll dich doch mal kaltreffen. Ich hab bei Cent. Ich hab bei Cent. Ich hab bei Cent. Der Fahrzeug kalk projects. Betalte mich nicht für die Leidenschaft. Ich hab dich wiedererstanden. Es ist immer weg. Oh, man muss nur erzählen. Oh Gott. Ja, was hier alles ist, Alter. Ja. Und weg. Kann ich jetzt eigentlich speichern? Boah, ich kann immer noch nicht speichern. Was ist das denn für ein Film, Alter? Das ist nicht gut. Ich muss eine Konsole finden, um das zu regeln. Todestruppler sollen das Beste sein, was das Imperium zu bieten hat. Ich brauche einen Datenschlüssel für Ihr Netzwerk. Betten, dass der Offizier da einen hat? Die Flüchtige wurde in Yautas Hoffnung gesehen. Rücken Sie schnell zum Bereich vor und neutralisieren Sie sie. Die Flüchtige wurde in der Flüchtlinge. Leise, Nix. Leise. Blatter bereit! Alter. An alle Einheiten. Wir wurden alarmiert, dass sich eine Kriminelle durch ihren Sektor bewegt. Sobald sie sie finden, gefaut er sich. Ganz klar ist ein kleiner Feind. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Sehr gut. Woher kam diese Ratte? Jetzt sag mir mal bitte, wie ich dahin komme. Ja. 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 Und jetzt sag mir nur noch, dass die Konsole drin ist, ne? Oh Gott, das kann nicht so gut sind. Und wurde eine bewaffnete Flüchtende in ihrem Sektor gemeldet. Sobald sie sie finden, sofort erschießen. Das sehen wir uns mal an. Da ist ja auch einer, alter. Da ist ja auch einer, alter. Das kann alles nicht wahr sein. Das kann alles nicht wahr sein. Das kann alles nicht wahr sein. Das Problem ist, wie soll ich die killen oder nicht killen? An alle Einheiten. Wir wurden alarmiert, dass sich eine Kriminelle durch ihren Sektor bewegt. Durchsuchen Sie den Bereich und erledigen Sie sie. Verstanden. Bei Sicht Kontakt schießen. Und wer eigentlich noch? Zwei. Machst du jetzt ab und dann röpst du hier. Kommt, kleiner Mann. Hau ab. Hau ab. An alle Einheiten, eine gefährliche Kriminelle ist in ihrem Sektor aktiv. Weitersuchen. Sie muss informiert werden. Was ist da los? Bereit mit? Schnappt sie! Boah. Die sind ja gar nicht kaputt, alter. Die fressen ja richtig, alter. Kinder. Hau ab. Wo ist sie? Durchkämpf das Gebiet. Wöchst sie? Wirklich seltsam. Gut. Geschafft. Sagt das mal nicht zu laut. Wie mach ich das denn am besten? Schau um! Sucht aber, seid wachsam! Verstanden? Sie halten Augen und Ohren offen. Uhuhuhuhu! Achtung, Achtung! Eine Flüchtende befindet sich in ihrem Bereich. Weitersuchen! Sie muss eliminiert werden! Mhm, hier wird nichts eliminiert. Wie kann ich... Zum Angriff nix! Achtung! Die Verdächtige wurde bei Yontas Hoffnung gesehen. Greifen Sie bei Sicht Kontakt an! Das geht nicht! Das geht nicht! Das geht nicht! Abhauen! Ich werde mal wissen, wie ich das machen kann. Eine sehr gefährliche Kriminelle wurde in ihrem Bereich gemeldet. Sobald Sie sie finden, sofort ergießen! An alle Einheiten! Die Flüchtende befindet sich in ihrem Sektor! Sie ist extrem gefährlich! Finden und erschießen Sie sie! Wir haben die Zielperson verloren! Brechen Sie die Suche ab! Wir haben die Zielperson verloren! Brechen Sie die Suche ab! Sauber! Boah, das hat jetzt aber gedauert! Ähhhhhhh... Was kann man jetzt eigentlich machen? Und jetzt sein! Leute, das war ein harter Kampf heute! Das muss ich mal so sagen! Äh... Das hätte ich echt nicht vermutet! Also viermal... Viermal habe ich das für diese vorgeschobene Basis gebraucht. Was eigentlich nicht ganz so wild ist. Aber trotzdem, das war ein echt geiler Kampf! Und jetzt auch noch gegen die Sturmtruppler! Da müssen wir sein! Also, Aila hat gesagt, du hast ein Hacking-Kit für mich! Hier, nimm! Ich will zurück in mein Bezirk! Yes! Endlich! Hacking-Kit! Nice! Schließt abgelehnt mit Blaster nieder! Infiltra... Infiltrations... Auftrag! So! Ausrüstung! Blaster! Ach ja, da war auch noch was! Dann gehen wir nochmal ganz schnell! Äh... Ähm... Eila! Ich hab dein... ... ... Ich schicke dir die Koordinaten zu einem Vorrat, damit du es testen kannst! Und was? Ohne dich wäre das nichts geworden! Du wirst deinem Namen gerecht! Wie... meinst du das? Hör zu! Ich bleib auf der Rentali-Raumstation, bis ich weiß, wo es für mich hingeht! Komm ich doch besuchen! So! So! Deutsche Flagge! Hauptquest! Da fehlt die Dings, genau! Äh... abgedehnt! Hacking für Fortgeschrittene, das ist doch... Auf Karte anzeigen! Und da kann man irgendwie hin! Nice! Boah ey! Wahrscheinlich irgendwie hier lang, wa? Nee! Scheiben wir doch nicht! Kommen wir da oben irgendwie rüber? Oh, warte mal! Oder kann ich da noch hin? Alter, jetzt will ich das auch noch machen, Alter! Ich kriege hier kein Ende gerade! Ich kriege hier kein Ende gerade! Nee! Wenn wir da einen Weg hin suchen! Da kommen wir nicht rein! Ich weiß nicht, wie das läuft! Zahlen und schweigen! Daka Tinkasa! Ich hab sie von der Fahne... Ich will nicht weitergeben, bevor sie jemand sieht! Äh... Zauber! Das ist doch eigentlich komplett falsch! Also nutzlos! Gut! Gut! Okay! Alles mit anderen wohnen! Zack! 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 Äh... Yes! Da war eben noch so der Protein hacken... Hier ist nix, Alter, ne? Hier ist nix mehr! Dann kann ich jetzt... Ab! Äh... Erstmal muss ich wieder hier hin! Und dann kann ich erst wieder zurück... Äh... Zu unserem Raumschiff! Und da will ich noch schnell die Blaster machen! Ich weiß auch nicht, warum das nicht anders geht! Und öffnen! So! Dann kann ich jemanden... Äh... Äh... Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Danke! Das möchte ich jetzt mal wissen, warum das hier nicht funktioniert hat! Geil! Festhalten! So! Schnellreise ist nicht verfügbar! Okay! Dann müssen wir da jetzt nochmal entscheiden! Ja! Dann müssen wir diesen Zeiten, Leute! Ja! Wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich da keine Schnellreise zu machen kann! Also... Ne? Ist nicht ganz weber! Aber... Sind ja Rückzug gefühlt da! Aber der Kampf gegen die Sturmtuppler war echt... Also... Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht! Auch wenn... Irgendwie... Ich habe das Gefühl, dass das eher so eine Art Schleichspiel ist! Also... In Richtung ist das ein Streetfall und weniger ballern! Also... Mal ballern, ja! Aber dann eigentlich ein bisschen weniger als ich das mache, glaube ich! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Indikator für mich zu klein ist! Wegen den, äh... Wegen meiner Health Bar! So! So! Ha! Das Schiff sieht gut aus! Äh... Ne, das war es nicht! Da war die Werkbank, genau! So! Module zum Verbessern! Also! Plasma! Verbesserung! Äh... Genauigkeit! Wir müssen ein bisschen genauer sind! Super Abkühlung haben wir nicht! Uuund... Die Genauigkeit des Blasters! Was ist das? Was habe ich vorher installiert? Hä? Plasma! Verbesserung! Genauigkeit! 1 und dann! 23! Oh! Plasma! Super! 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 Abkühlung! Super! Abkühlung! Aufkühlung! Für die Ionen! Das war für Plasma! Und damals noch nicht! Aussehen! daddessen! 4! Qualchedalackierung! 3! Oh ne! Chor! Neue informationen gefunden! Bitte den rев skills Assold, j�v.. am jahr kosmass storytelling an! Satz.. an.. um die hülle zu öffnen wird ein werkzeug benutzt das felsen zerstören kann okay da kann man nicht mithelfen so meine damme und herren aber ich hoffe mal dass ihr wie gesagt das was ist mal irgendwie das hat echt bock gemacht ich bin auch voll irgendwie im fokus dann aber ich merke auch jetzt ist so ein punkt vielleicht eine kleine pause einlegen weil ansonsten dreh hier gefühlt am rad im sinne von wegen so weiter weiter immer weiter so ja falls ihr back habt wissen wollt wie es weitergeht kann ich nur empfehlen euch die nächste folge anzugucken in diesem sinne bis zum nächsten mal